90 Minuten zweite Liga, aber Dieter Hecking gelang schon. Der erste Sieg gegen gleich zwei Erstligisten. Schlaudraff geht nämlich nicht für mehr Geld nach Frankfurt oder Nürnberg. Ein Grund dafür sei der Trainer, sagt der heute noch rot gesperrte Schlaudraff. Dieter Hecking und Sportdirektor Jörg Schmadtke freuen sich, einen wichtigen Mann fürs schnelle Konterspiel zu behalten. Dabei aber natürlich will die Landkraft tränen, waren letzte Woche heute, ist genießen angesagt. Und Erik Mayer will als Meister in die Fußballrente gehen. Aber wir sind hier ja nicht in Aachen, sondern in Burghausen. Auch die Gastgeber noch mit einem Ziel für heute. Mit einem Dreier hätten sie einen neuen Punkterekord für Liga 2 aufgestellt und den achten Platz sicher. Wacker in Grau-Weiß mit Kneißel und Bogawatz geblockt von Landgraf. Ja, der Willi ist nicht nur dabei, damit hier elf Mann auf dem Platz stehen. 14. Minute. Aachen durchaus von Beginn an präsent. Christian Fjell, Erik Mayer, klasse Pass wieder für Fjell. Und in der Mitte Ebbers, Marius Ebbers. Richtig gute Chance auf Tor Nummer 14. Es bleibt vorerst bei 13. Wie auf der Gegenseite übrigens Marek Krejci. 23. Minute. Björn Hertel, Drescher, Burkhardt zögert, zögert. Nee, der Plan groß ist auf Drescher. In der Mitte Krejci. 1-0. Wacker. Treffer Nummer 14 für den Slowaken. Ja, da hatten sie den Willi ausgespielt. Auf der Seite Drescher, der linke Mann in der Viererkette. Optimal eingesetzt von Burkhardt. Und Krejci, der König von Burghausen. Die größten Optimisten haben nicht geglaubt, dass Reisinger mit seinen 15 Toren aus der letzten Saison so nahtlos ersetzt werden könnte. Nur zwei Minuten später, die Aachener hielten sich nicht lange mit Trauerarbeit auf. Sascha Rösler gegen Hertel, Rösler und Ebbers. Alou. Den muss er natürlich machen. Sascha Rösler, keiner bereitet mehr Tore vor in der zweiten Liga als er. Und Ebbers, ja, als es noch drauf ankam, da hat er sie gemacht. Markus Schupp, Wackers Trainer, wieder keine einfache Saison für ihn. Wieder wurde er in Frage gestellt und wieder setzte er sich durch. Vertrag bis 2008 verlängert. Seine Mannschaft bot eine gute Leistung gegen einen motivierten Gegner. Rösler holt sich den Ball zurück. Fjell. Und wieder Ebbers zum dritten. Gospodarek. 1-0 zur Pause. Zeit für Musik und Tanz und für unser Gewinnspiel. Die Frage, welcher Verein spielt in der nächsten Läsong in der zweiten Bundesliga? A. Wolfsburg oder B. Kaiserslautern? Rufen Sie an. 01379 699 699 11.600 Euro im Jackpot. Zweiter Durchgang. Aachen, ja, durch Standards steht's gefährlich. 20 Tore nach Freistößen und Ecken ist Liga-Spitze. Fjell und Klitzpera und Kern. Kern? Jens Kern ab der 46. für Gospodarek im Kasten mit seinem Debüt im Profifußball. Respekt, junger Mann. Bei Aachen war auch einer in der Kabine geblieben. Willi Landgraf nämlich. Und spektakulärer Abgang. Kasper kam für ihn. Und bei Wacker kam Wiesinger. Michael Wiesinger. Diese Chance vergeben, aber die Statistik spricht für Wacker. Sechsmal zu Hause in Führung. 1 zu 0 bedeutet am Ende sechs Siege. Weiter eine prima Party und Partie. Mit Burkhardt. Den hatten sie mal Burkinho. Das war nur in Ansätzen brasilianisch. Aber wenn Sie glauben, das war die größte Chance in diesem Spiel, dann schauen Sie sich mal den Aachener Konter an. Dann Plas Henrich, klasse gemacht. Der Ausgleich. Auweia. Das ging ja gar nicht, den daneben zu setzen. Die 61. also die Minute der vergebenen Großchancen. Erst Burkhardt, das vermeintliche 2 zu 0. Dann Plas Henrich und der vermeintliche Ausgleich. Hat eine riesen Saison gespielt, der Rainer Plas Henrich. Aber er kann sich nicht selbst belohnen. Doch Aachen erhöhte nach einer guten Stunde den Druck. Flanke dumm. Meier legt zurück für Sergio Pinto. Da ist es passiert. 1 zu 1, 64. Viertes Saisontor für den Portugiesen. Ja, eine ordentliche Schusstechnik hilft einfach beim Fußballspielen. Und den hat er genau so gewollt. Kern ohne jede Chance. Und jetzt gingen die Aachener auf den Dreier. Der Meistertitel sollte her. Das war zu spüren. Der eingewechselte Kuhn und Erik Mayer. Vor 3 Jahren machte er sein 1. Spiel und sein 1. Tor für Aachen. Hier in Burghausen. Eine Wiederholung im letzten Auftritt wäre eine runde Sache gewesen. Entlastung Burghausen, Ecke Wiesinger. Verlängerung Fink und Bogerwatz ohne Worte. 70 Minuten gespielt, da war der Willi wieder da wie frisch gebügelt. Und einen Höhepunkt sollte es noch geben. Das Happy End aus Aachener Sicht wäre doch ein Tor von Erik Mayer. Bruns, Mayer, Kern. Die letzte Torchance seiner Karriere vereitelt von einem jungen Herrn namens Kern. Aber die Jugend ist nun mal selten sentimental. Das war es. Es blieb beim 1 zu 1. Für Wacker heißt das kein Punkterekord. Aber die beste Platzierung in der 2. Liga. Und bei Erik Mayer gab es noch ein paar Tränchen. Denn jetzt muss Bochum in Haching mit 4 Toren Unterschied verlieren, damit Mayer zum Schluss noch Meister wird.